Hallo Leute und willkommen zurück zu Far Cry 1. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir waren ja gerade in diesem Lüftungsschacht immer noch auf diesem Schiff oder auf diesem Flugzeugträger, was irgendwie selber ist und wir sind jetzt in irgend so einem geheimen Popoliberaum. Gewehrmunition, okay. Wo steckt der Kerl? Haben Sie mal gesehen? Nein, es sei denn, sie hat sich ja seltener verkleidet und versucht, mich umzubringen. Ah, mein Komiker hier. Hat dir nicht gerade noch so ein Typ was gesagt? Egal. Gucken wir mal weiter. Was ist hier noch so? Gar nichts. Klar, hier auf dem Schiff oder was? Hier ist alles im Arsch. Ich bin wohl einfach zu nervös. So sieht's aus. Ja, wo bist du denn? Oh, mit denen ist erstmal Schluss. Oh, wo bist du? Zack, du bist tot. Hast du ein Problem, Mann? Nein, ich hab kein Problem, Mann. Oh. Äh, von wo kam das jetzt? Alter, alter was? Was zur Hölle. Räuchert ihn aus. Ach, von dir. Ich zerreißel dich in der Luft. Das wollen wir doch mal sehen. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich spüre die Leute mal drauf an mir. Sie sollen natürlich sich so keine... Müsst doch mal drauf achten. Boah. Jetzt trinke ich dich! Ja! Ja! Rambo! Boah, schnell mal in Deckung gehen. Ich bin... Oh, fuck, 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 fuck! Nein! Ich bin tot! Was zur Hölle? Oh, Mann! Ich bin gestorben. Scheiße! Na gut, dann laden wir mal. Okay. Also noch ein Versuch. Ja, man darf ja wohl mal sterben können hier. Ui! Bat! Haha. Halter. Ah, scheiße. Okay. Hier oben war ja auch einer, der hat mich getötet. Ah, hier oben. Ah, klar. Das ist aber auch ein Wichser. Wer will denn sich da verstecken? Hä, war ja nicht grad jemand? Ja, doch. So, das ist ein Typ wie Nummer eins, da war da noch irgendwo einer. Ja, genau. Zack. Du auch, du... Na, schade, die sollen runterfallen. Das ist lustiger. Ich glaube aber hier oben... irgendwo ist auch noch einer. Ja. Das wusste ich noch. Weil der hat mich auch irgendwann mal getötet, als ich's gezockt habe. Das war dann nicht so erfröhlich, ne? Okay. Dann schauen wir mal weiter hier auf diesem schönen, verrosteten... Kack, Schiff. Das müsste doch eigentlich zusammenfallen hier, so wie das aussieht. Krass. Was? Wir werden angegriffen. Ich glaube, er sucht nach der Frau. Tja, die wird er nicht finden. Wir bringen sie den Bunkern zum Ende. Ach, dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Hast du das grad gesagt? Du? Du totes Schwein! Zombie! Da! Okay, ähm... Oh! Oh! Kein Lebenszeichen von Val. Aber ich habe ihre Kamera gefunden. Außerdem gibt es dann noch eine Akte von einem Typ namens Krieger. Dieses Archipel eignet sich ideal für meine Forschungen. Die Inseln liegen weit ab der internationalen Schifffahrtsrouten. Hier kann ich meine Arbeiten durchführen, ohne von der Außenwelt gestört zu werden. Es wird nicht einfach. Aber die Zukunft der Menschheit hängt vom Erfolg meiner Forschungen ab. Es wird mir gelingen. Was wird ihm gelingen? Sie bringen Val zu einem Ort, den Sie Bunker nennen. Sagt Ihnen das was? Ja, holen Sie ein Boot und wir treffen uns. Toll. Schon auf dem Weg! Bunker, ja. Er ist ja nur jeder zweite Ort auf der Welt. Na ja gut. Krieger. Ja, da merkt man ja schon, dass es so ein böser Typ hier ist. Ist auch übrigens der Hauptbösewicht hier. Ein bisschen was kann ich ja verraten. Ich denke mal die meisten kennen das Spiel auch. War da nicht was? Nee, muss ich gehört haben. Achtung an alle! Ah verdammt! Boah, keine Munition! Ist alles okay? Was? Ist alles okay, ja. Liegt der hier nur tot rum, ne? Oh, wie dumm. Boah, scheiße. Das haben die in den Helikopter geschickt, stimmt. Ich hab's vergessen. Boah, fuck! Boah, was zur Hölle! Alter! Scheiße! Oh ne, hier muss ich irgendwie anders rangehen. Alter, Falter! Alle Einheiten, große Silber! So, genau. Ich hab das nämlich immer so gemacht, dass ich hier erstmal wieder runter bin, den ganzen Weg zurück. Lalala, hier lang. Bis ich dann wieder hier war, genau. So, und dann dürfte eigentlich der Helikopter hier langgeflogen kommen. Da kann ich dir nämlich viel leicht hier abholen. Der Helikopter. Ah, da ist er schon. Nein, nicht wegfliegen! Scheiße. Und jetzt auf der Seite runter, oder was? Hallo! Eli! Kommst du mal runter? Gibt's auch nicht. Ängste haben wir hier runter geflogen und ist dann hier stecken geblieben, da hab ich eine Granate reingefeuert. Das ist ja so cool. Das klappt auch nicht. Wuiiii! Pats! Jo, tschüss, viel Spaß einen neuen Schützen zu suchen. Wiedersehen! Ja, bei den Helikopter muss man eigentlich nur den Schützen töten und dann fliegen die auch schon weg. So schlimm ist das nicht. Aber ich bin dann schon ein bisschen nervig. Ja, das liegt an der Nervosität. Hier läuft nicht irgend so ein Typ rum, der abkönnt. Ha, wie? Keine Ahnung, was das nun wieder war. Jetzt kann ich mir nämlich auch die Weste nochmal schnappen. Guck mal, ob ich hier rausgucke. Das war bestimmt nicht die Aufregung wäre. Ah, okay, gut. Ja, hier war dieser Typ an der MG, der ist auch gefährlich. Das war bestimmt nicht die Aufregung wäre. Da ist er! So. Wow, 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 wow. So. Jetzt nutze ich mal hier meine Deckungsmöglichkeiten aus und renne mal zu der MG da hoch. Boah, ich habe meine Granate. So, mit der MG kann ich jetzt schön... Sag hier, du tot! Du tot! Keine Chance! Einer hat eine Chance! Kriegt mich! Oh, was war das? Von links kam er gerade irgendwas. Alter! Die Mucke, wenn man jemanden tötet. Boom, 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 boom. Voll komisch. Hallo? Mach dich kalt, Mann! Uhhh! Untergut. Okay. Ja klar, das hat sicher weh von da oben. Na gut, hat er kaum Leben abgezogen. Also, A, noch eine Weste. Das ist natürlich sehr praktisch. Ah, da ist noch einer. Die geben mir ja die volle Dröhnung, krass. So. Ach, Schleuer. Ich habe meine ganze Weste kaputt gemacht. Wie soll ich jetzt da rüberkommen? Ach hier. Uhhh, scheiße. Sieht ein bisschen stabiler aus hier, obwohl da gar nichts von stabil ist, so ist. Wie, das verrostet ist. Oh Gott. Okay, aber. Uh, ich habe es geschafft. 500.000 Söldner getötet, ey. War ja nicht schwer. Auch so eine coole Insel. Okay, und wir, er hat ja gesagt, wir sollen so ein Boot schnappen. Und hier, hier hängt so ein schönes Gummiboot. Auch wenn wir einfach wieder raus, hätten rausgehen können. Und so ein anderes Boot hätten schnappen können. Wir müssen ja hier lang. Und du. Na ja, gut. Okay. Okay, ich habe ein Boot. Was nun? Unsere einzige Chance besteht darin, das Kommunikationsnetz zu unterbrechen. In dem darauf folgenden Chaos können sie dann fliegen. Und das Netz zu unterbrechen müssen sie nach Kabatou. Fahren sie nach Osten und halten sie nach Kabatou. Auf Schau. Gut, dann fahr ich mal nach Osten. in den osten in esten leider wir können sonst warum ich diesen dialekt drauf habe aber eigentlich komme ich gar nicht aus dem osten ja der ladebildschirm glückwunsch sie müssen jetzt die kommunikation zwischen den einheiten unterbrechen indem sie die satellitenschüssel zerstören wie die seltener dort aufgebaut haben ach ja wenn es sonst nicht ist fliehen sie und danach suchen wir wer na klar ey die satellitenschüssel mal schnell kaputt machen kein ding kein ding mach ich mit links gut gut verlassen mit F ja ja wieder in so einem schönen paradies auf so einer schönen Urlaubsinsel gelandet näher was machen wir hier nicht ums sonnen eh kein volleyballspiel mit schönen weibern nein nein natürlich nicht wir ballern die seltener ab wir bringen die halbe welt in ordnung anscheinend weil dieser krieger irgendwas böses vor hat na gut ja mit dem ist alles ok er hat nur zwei kugeln im Kopf stecken genau wie du ... ... ... ... ... das ist denn hier los ... ... so ... Gott! Will! Kann man da runter? Ja, Will. Kann man ein bisschen einen Off-Stealth-Typi machen. Und sich versteckeln. So, machen jetzt noch welche? Oh ja! Ist alles okay? Schöner Hutu-Spurt. Was? Okay. Meine Weste ist mittel kaputt gegangen gerade. Nicht so schön. Ein Fisch. Sieht aber ekelhaft aus. Ich mag Fisch überhaupt nicht. Oh nein! Was haben sie mit dir angestellt? Vielleicht lebt er noch. Quatsch. Ach komm. Ich bin ja hier. Ich bin ein totaler Tierliebhaber. Ich will... Ich will dich retten. Wie heißt du? Wie heißt du jetzt? Gerd. Der Hai. Gerd der Haifisch. Ey komm! Du schaffst es. Ins Wasser. Ich will nicht wieder ins Wasser. Ach man hey. Ja jetzt so. Komm schon. Laufe. Wow! Hey! Und diese Leute die gegen Greenpeace sind. Ah sie. Okay eigentlich bin ich gar nicht so ein Greenpeace-Typ. Wär auch ein bisschen krank irgendwie. Was heißt krank? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber gut. Wir machen Tiere nicht hier. Ich muss ja den Hai retten. Der ist ja am... Verdursten. Jetzt komm schon. Ab ins Wasser mit dir. Du schaffst das. Was? Noch ein paar Meter. Na los. Ja. Die offene See steht dir bevor. Na los. Und schwimmen. Oh. Oh scheiße. Jetzt bin ich auch mit meinem Wasser. Hilfe. 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 Geh. Jehm. Er hat's nicht geschafft! Gut. Ich hab jetzt nur so ein bisserl scheißer gemacht. Weil wir jetzt den Part eh beenden. Es ist mal wieder Zeit! Und ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Video von Far Crye eins. Und ich hoffe ihr seid wieder dabei und... Jo. Bis dann! Wir sehen uns, tschüss!